Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zu meinen neuesten Projekt und zwar Kingdom Hearts Final Mix aus der 1.5 HD Remix Version. Ja, ein Spiel von Square Enix und Disney, in Zusammenarbeit mit Disney, für die PS3 von mir als Welt vor euch. So, einmal wieder richtig Problemlos geschafft, sehr gut. So, ich habe mir gedacht, ich spiele das Spiel mal, mit dem ich sozusagen aufgewachsen bin auf der PS2 und ja, ein meiner absoluten Lieblingsspiele, beziehungsweise meine absolute Lieblingsspielserien. Und ja, warum ich das Spiel eigentlich schon früher geteilt habe? Ich habe tierischen Respekt vor Square Enix, ähm, Einstellungen gegenüber Let's Plays. Ich tue jetzt hier die ganze Zeit hin und her switchen, weil da kommt noch irgendwie so ein Intro und so und das will ich jetzt mal draußen lassen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Außerdem sagt er, schon deftiges Spoiler-Wart-Spiel. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe sehr hohen Respekt davor, wie es Square Enix so gegenüber Let's Plays ist. Also, boah. Genial, erster Part. Direkt, Hals kaputt. Äh, also falls dieser Part irgendwann gelöscht wird, nicht wundern, weil wenn die sagen, runter damit, dann okay, okay, hab ich Respekt vor, kein Problem. Hauptsache, ich bekomme irgendwie nicht einen Strike oder so, weil davon habe ich richtig Angst, weil ich will nicht, dass mein Kanal gesperrt wird. Ich weiß, das Intro muss ich, ähm, leise stellen, da werde ich, ähm, mal gleich gucken, wie ich das mache, weil so wie ich das jetzt, ähm, verarbeitet habe, müsste das eigentlich klappen. Ich weiß nicht, ob ich darüber Musik oder so laufen lasse. So, gehen wir uns jetzt mal um das Spiel, bevor ich hier jemanden in Ohr abkau. Wir spielen Final Mix auf Profi. Äh, Triepferfahrtere, Gegner für spannende Kämpfe. Ja. Äh, rotiert die Kamera automatisch. Rotiert die Kamera mit dem rechten Stick. Boah, äh, ich glaube manuell, weiß ich jetzt nicht. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch tight an. Oh, ich freue mich so. Wenn das Intro ist, kann ich dann mal so ein paar Sachen noch zusammenfassen. Es kommt ja schon bald Kingdom Hearts 3 raus, da freue ich mich auch schon seit 10 Jahren oder so. Ich bin einer von diesen wackeren Spielern, die schon seit Ewigkeiten auf das Spiel warten. Und ja, bald hat das Warten ein Ende, hoffentlich. Und wo könnte vielleicht immer noch ein, zwei Jahre dauern. Verdammt. So, ich halte meine Klappe. Ich habe diese wehrten Gedanken. So, und ab jetzt müsste man hier nur Stille hören, weil das Lied ist kopiergeschützt. Das weiß ich auf jeden Fall. Boah, wie heißt es denn nochmal? Utada Hikaru? Oder Hikari? Simple & Clean heißt das Lied. Also, wenn ich das wunderschöne Lied angehören möchte, gehen wir einfach mal, weiß ich nicht, bei YouTube, kriegen dann ein hartes Intro ein und dann hat man schon das Lied. Ich glaube, da ist sogar neu gesungen. Ich erkenne das gar nicht. Ich habe den Fernseher natürlich jetzt leise gemacht, damit man nicht mal per Mikro irgendwie was hört. Verdammt. Ja, das soll natürlich nicht das letzte Kingdom Hearts Spiel sein. Ich werde von jeden HD-Remix, also alle beide, alle spielbaren Spiele jetzt playen. Also erst Kingdom Hearts 1, Final Mix, dann Chain of Memories, äh, Rechain of Memories meine ich. Dann Kingdom Hearts 2, Final Mix und dann Birth by Sleep, Final Mix, in der Reihenfolge. Ja, so wie es sich gehört. Falls irgendwelche auch Interesse daran haben, dass, äh, naja, dass ich diese Filme hier auch noch irgendwie let's play, dann kann ich das natürlich auch noch einrichten, damit man so die ganze Story sozusagen zusammengefasst hat, bis auf Dreamlock Distance, was für ein 3DS rauskommt, äh, rauskam. Und, ja. Was passiert hier überhaupt im Intro? Da ist dieser Typ, der hat diesen weißhaarigen Typen, ähm, Tisch in Hand ausgesteckt und da ist die rothaarige Olle da. Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand hier das ins Play gucken wird, der das Spiel selber nicht gespielt hat. Ich glaube, ich darf nicht vergessen, den Ton anzustellen. Ah, ich freue mich so sehr. Das wird schön. Ah, Schnötchen und die eine Million Tauben. So. Und ich habe den Ton wieder an. Ja, was funktioniert also, wie ich das jetzt gemacht habe. Na? So viel zu tun. So wenig Zeit. Lass dir Zeit. Habe keine Angst. Die Tür ist noch zu. Geh nun weiter. Kannst du das? Boah, das ist ganz schön. Viel verlangt, ne? Für die ersten paar Schritte. Bin uns den linken an der Lose. Ja, okay. Äh, ach, inventiert. Boah, ich habe es irgendwie geschafft. Da ist ein Schneewittchen auf dem Boden. In dir ruht eine Macht. Gib hier eine Form. Und sie wird dir Kraft geben. Wähle gut. Weiß jetzt wieso ich jetzt auf einmal drauf kam. Aber habe ich überhaupt jetzt auf Profi eingestellt? Mir sind jetzt irgendwie unsicher. Muss ich mal gucken. Ich kann jetzt noch nicht ins Melio gehen. Deswegen kann ich leider nicht nachgucken. So. Was haben wir hier? Wir haben ein Schild, ein Schwert und ein Stab. Und was wir hier sozusagen machen, ist eine Entscheidung treffen, wie wir leveln. Also ob wir, weiß ich nicht, mehr so auf Verteidigung, Angriff und beim Stab weiß ich nicht. Ich glaube, das bekommt man irgendwie schneller Fähigkeiten oder so. Oder MP, weiß ich nicht. So. Ich bin eigentlich so ein Hau-Drau-Typ. Deswegen normalerweise eigentlich das Schwert. Aber da wir auf Profi spielen und die Final-Mix-Version im Ganzen haben schwieriger ist, als ich das in Erinnerung habe. Früher bin ich im Profi durch das Spiel durchgerast und hatte überhaupt keine Probleme. Aber als ich das Spiel irgendwie mal auf Profi gespielt habe, habe ich doch ein paar Mal aufs Maul bekommen. Deswegen nehmen wir den Schild. Dann kriegen wir nämlich mehr Abwehr. Deswegen sterben wir weniger. Und das ist gut. Die Macht des Wächters. Güte und Hilfsbereitschaft. Ein Schild, um alles abzuwehren. Ist dies die Macht, die du suchst? Ja. Du hast dich entschieden. Doch, auf was verzichtest du dafür? So, das ist jetzt auch einfach. Dann nehmen wir das Schwert. Weil Fähigkeiten hätte ich doch lieber eher. Die Macht des Kriegers. Du hast unbeugsamer Mut. Ein Schwert mit großer Zerstörungskraft. Trotz Zerstörungskraft. Verzichtest du auf diese Macht? Hm, Zerstörungskraft. Ja. Du hast die Macht des Wächters gewählt. Du verzichtest auf die Macht des Kriegers. Was ist das, was du wünschst? Ja. Ich freue mich so auf das Let's Play, ganz ehrlich. Ich will gar nicht wissen, wie ob ich das spielst oder durchgespielt habe. So zehnmal mehr als zehnmal auf jeden Fall. Und ja, die Leute fallen ja sehr oft vom Himmel. Was da für eine Symbolik hinter steckt, weiß ich bis heute immer noch nicht. Ist halt so. Ja, ne. Ja, ne. Ohne Arsch und Puddel. Ne, Zinnerellane. Was hier macht zum Kämpfen erworben? Ja, sieht natürlich ein bisschen selten dämlich aus mit dem Schild, aber da bleibt ja zum Glück nicht immer so. So, drücke ich es zum Angriff hierher. Genau, du hast es erfasst. Benutzt diese Macht, um dich und andere zu beschützen. Die grüne Leiste zeigt deine Lebenspunkte, LP, also deine Gesundheit an. Wenn die LP aufgebaut sind, landest du im Auswahlmenü für Weiterspielen und Laden. Die blaue Leiste zeigt deine Magic Points MP an. Magie ist für dich jedoch ein Rätsel. Auch wenn wir den Stab genommen hätten, nix mit Magie. Die Zeit des Kampfes wird bald kommen. Lass dein Licht hell erstrahlen. Da kommt er her. Was sieht doch bescheuert aus. Sehr schön. Was sind das für Viecher? Wenn du Gegner besiegst, sammelst du Erfahrung EXP. Sammelst du genügend Erfahrung EXP statt deiner Stufe ST. Punkt. Zudem hinterlassen besiegte Gegner manchmal auch Items. Du kannst diese Items aufnehmen, indem du näher an sie herangehst. Ja, da sind sie ja schon weg. Es gibt verschiedene Items, die unterschiedliches bewirken, wie zum Beispiel LP oder MP aufhören. Hinter dir! Grundsätzlich wirst du automatisch den allernächsten Gegner anvisieren, aber du kannst auch beliebige Gegner mit R1 manuell anvisieren. Während das Ziel erfasst ist, erscheint oben links im Bild das Wort ANVISIERT. Während du ein Ziel anvisiert, wird deine Handlungsweise eingeschränkt, besonders gegenüber anderen Zielen. Drücke nochmals R1, um das Ziel wieder freizugeben. Psch! Ich hab dich erfasst! Komm her! Mh! 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 Wie! Mh! Mh! Boah! Ich hoffe, mein rechter Analog Stick spack nicht so um wie ein Burf by Sleep. Ne, anscheinend nicht. Kein Name, aber ein Burf by Sleep ist mein rechter Analog Stick, der ist irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen am hängen. Manchmal, wenn ich den links oder rechts mache, dann bleibt der da so stecken ein bisschen. Weil Burf by Sleep ist das richtig nervig, was ich vor kurzem gespielt habe. Okay, Nummer 2 war das auch nicht und hier scheint das auch nicht zu sein, also ist das gut. Ach ja, übrigens, alles wird schwarz. Was? Nein, nicht ins schwarze Echo. Ach, Hermann Schwul meldet sich, ich weiß. Oh, bei wem sind wir jetzt gelandet? Das ist natürlich alles noch Tutorial, was wir hier sehen. Hier sieht man Silhouetten. Foreshadowing. Das ist ein Hilfs-Icon. Wenn solche auftauchen, stehen dir speziell Kommandos zur Verfügung. Wenn Dreieckuntersuchungen erscheinen, kannst du mit Dreieck das Objekt vor dir untersuchen. Ja, früher musste man noch hier runter gehen und drücken. Ich glaube, die hat gar keine Funktion mehr. Obwohl, ich glaube doch, ja. Ja, egal. Wird man ja sehen. Ich kann sie noch nicht öffnen. Ja, sie ist ein bisschen durchsichtig. Dreieck wird im Kommando-Menü zu verschiedenen Kommandos öffnen. Das sieht so bescheuert aus mit einem Schritt. Aber egal. Große Holzkisten kann man schieben. Kissen lassen sich auch zerstören. Wenn man Gegenstände zerstört, kann manchmal auch Items auftauchen. Items können mit dem Kommando-Item benutzt werden. Okay, wäre sehr komisch. Wenn man sich dem Item nähert, kann man es aufnehmen. Aber erst oben, unten und dann oben gelesen wäre saugeil. Du kannst nicht nur Gegner, sondern auch Gegenstände anvisieren. Ist ein Ziel anvisiert, kann man mit L2 zwischen verschiedenen Zielen umschalten. Okay. Bams. Jetzt kann ich auch hochheben. Verschwinde. Verdammt. Kann man nicht runterschmeißen. Das wusste ich natürlich. Untersuchen. Man merkt, wenn sich die Musik stetig ändert. Jetzt nur wissen, wie das Lied heißt. Ich werde ein riesiger Fan von der Musik in Kingdom Hearts. Vor allem die späteren Titel haben richtig schöne Musikstücke. Warte. Die Tür wird noch nicht aufgehen. Erzähl mir zuerst mehr von dir. Schalte mit der Select-Taste in die Augenperspektive. Ja, das ist sehr blöd. Vor allem das hier ist nicht inventiert, was sehr, sehr verwirrend ist. Ich glaube, wenn man hier... Das hier ist zum Beispiel auch inventiert, weil ich gerade ein bisschen doof finde. Ich glaube, wenn man das ändert, dann ändert sich das hier auch. Ein bisschen doof ist es auch. Hier muss man auch irgendwelche Entscheidungen treffen. Ich glaube, da bestimmt man hier das Wachstum. Wie man auflevelt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich tue ja eigentlich immer ehrlich antworten. Deswegen. Ist mir relativ egal. Das kann man nur. Dreieck ansprechen steht zur Verfügung. Mit Dreieck, um mit Leuten... Drücke Dreieck, um mit Leuten in der Nähe zu sprechen. Meine Güte. Was bedeutet dir am meisten, die Nummer eins zu sein? Freundschaft, mein wertvollster Besitz. Weiß ich nicht. Dadurch kann man mit denen hier irgendwie gleich sitzen. Ich will die Nummer eins sein. Weiß ich nicht. Freundschaft. Ist Freundschaft denn so wichtig? Wir spielen hier ein Disney-Spiel. Hallo. Hi. Personen, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Wofür hast du Angst, als zu werden, anders zu sein, ohne entschlossen zu sein? Bluff. Kann ich von gar nix hiervon. Ich bin relativ anders, deswegen ist mir das Schnuppe, um entschlossen zu sein. Äh. Ich bin sehr spontan. Äh. Oh. 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 prendsennis zu haben ist das wirklich so schlimm? Keine Ahnung, ob du es mir hattest. Ich kann mich nicht entscheiden, was ist hier wichtig im leben? seltene Dinge zu sehen. Die Welt sie kennt. Stark sein. Äh. Stark sein. Stark zu sein. Hm? Du wünschst dir Freundschaft! Du hast Angst, unentschlossen zu sein. Du möchtest stark sein. Dein Abenteuer beginnt in der Nacht. Nach einem beschwerlichen Weg erwartet dich die aufgehende Sonne. Klingt gut. Obwohl es sehr unentschlossen ist. Der Tag, an dem du die Tür öffnen wirst, ist sehr fern und zugleich sehr nah. Ich weiß bis heute übrigens nicht, wer diese Stimme ist oder was. Ich würde mal gerne wissen, wer überhaupt zu dieser Person hier spricht. Deren Namen wir noch nicht kennen. Oh, ähm, 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 Dornröschen, ja. Ja, da sind Dorn, Dornröschen, ja. Einleuchtend, warte. Apropos leuchten. Drück ich die Start-Taste, um das Menü zu öffnen. In dem Hauptmenü kannst du hier zum Beispiel das Inventar oder den Start-Taste ansehen. Oder Spieleinstellungen vornehmen. Doch während eines Kampfes lässt sich das Menü nicht öffnen. Oh, wir packen im Kampf. Sieht immer noch bescheuert aus mit einem Schritt. Da kommt er. Uh. Wutsch. Und sie die mal mit einer Kombo kaputt. Dafür hatte ich mich gegen das Schwert entschieden, ne? Bin die trotzdem mit einem Kombo kaputt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh. Ne. Ne. So, stoßen. Stoß. Schön. Mit dem Mickey Mouse Zeichen auf dem Schild erschlagen. Ich kann nicht erwähnen, dass jede Waffe irgendwie so ein Mickey Mouse Zeichen hatte. Aber ich denke mal, das war schmerzhaft offensichtlich, ne? Dies ist ein Speichelpunkt. Stelle dich darauf, um LP und MP zu tanken. Wenn, äh, Dreieck speichern erscheint, öffnest du mit Dreieck das Speichermenü. Ich speichere stets, bevor du das Spiel beendest. Achte darauf, dass du off-speicherst. Ja, okay. Weil ich aber wahrscheinlich nie on-screen machen, weil ich dutzende Spielstände habe. Ich weiß ja nicht. Wenn ich so Rollenspiele spiele, tue ich mal, so weiß ich, nach jedem großen Eigens irgendwie einen neuen Spielstand oder so machen. Und da werden wahrscheinlich dutzende Spoiler vorhanden sein, wenn ich das Speichermenü öffne. Ja, deswegen lasse ich das überhaupt noch auf die Spielnummer. So, Menü, Ausrüstung. Wir heißen Sora. Guck mal den Status an. Abwehrkraft, Anglossgraf 4. Okay. Abilities XP Zero. Okay. Keine XP für die ganze Gruppe. Okay, das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass ich doch Profi habe, ne? Ja, okay. Kamera, äh, äh, hier. Upsala. Oh, viel besser. So, jetzt gucken wir mal. Okay, ist doch noch gleich. Aber in irgendeinem Spiel war halt so, oder? Wenn man das ändert, dass ich irgendwie die Select-Dinger ändere, ich glaube, da ging nochmal zwei. Ja, wir haben ein Potion. Ja. Die haben ja Bell. Das ist die Schöne und das Bies. Je näher du im Licht kommst, desto größer wird dein Schatten. Ich tippe, guck nicht, ne? Aber habe keine Angst. Oh, der im Schuss. Vergiss nicht. Doch. Wie soll man davon keine Angst haben? Außer, hast du nicht zu Ende geredet. Na, warte, komm her. Warte mal, hab ich noch nie ausprobiert. Muss mal gucken. Hi, na? Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Bisserlich. So, ich würde den mal gerne im Visier. Der macht aber anscheinend nichts. Guck mal her. Äh. Vergeht ihr mal aufs Weg. Ich habe euch die ganze Zeit am Visier. Ja. Angriffskraft. Sehr schön. Aber ich habe doch den Schild genommen. Äh. Wah. So, noch was. Nein. Das wäre so gut gewesen. Warte, ich komme mir da jetzt drauf. Äh. Komm schon. Nein. Mal los. Erster Kampf. Minimale Probleme. Nur weil ich den so stylisch wie möglich erledigen will. Ja, lass mal deine Hand runter. Mach mal halt so. Oh, jetzt machst du schon drei. Pff. Daneben. Bams. Tech-Punkte. Das sind sozusagen Erfahrungs-Punkte. Der war auch ganz schön viel aus. Ah, den Kampf unnötig in die Länge ziehen. Das kann ich gut. Boah, look at the moves. Ja, okay. Ist gut, Mann. Gibt immer noch nicht. Jetzt komme ich dir aber da hoch. Ich fahre da immer runter, Mann. So. Ha. Abwehrkraft und tragbarer Reifens. Jetzt schon. Wurru, blub, blub. Wurru, blub. Wolltest du noch ein Level abzubekommen. Ich muss ja auch sagen, ich spiele auch Profi. Deswegen hier und da ein paar mehr Level abzubehren. Vielleicht nicht schlecht. Da kommt schon wieder ein dunkle Echo. Aber habe keine Angst. Du besitzt die mächtigste aller Affen. Also vergiss nicht! Du bist derjenige, der die Tür öffnen wird. Ich freu mich so auf das Projekt. Das wird so schön! Außer die Videos werden runtergenommen, weil ich das muss. Bitte nicht! Und es war alles nur ein Traum, oder? Ja, sicher. Ich wusste, dass ich dich schnauze hier. Nein, diese riesige, schlauze, schlauze mich auf. Ich konnte nicht respirieren, ich konnte... Ow! Du bist immer noch träumt? Es war nicht ein träum. Oder war es? Ich weiß nicht. Was war das Ort? Es ist so schade. Ja, sicher. Sag, Kairi. Was war deine Stadt? Wo du bist? Wo du bist? Ich sagte dir vor, ich nicht erinnere mich. Nichts überhaupt? Nichts. Du willst immer zurück? Hm... Ich bin hier glücklich. Wirklich? Aber du weißt... Ich würde es nicht interessieren, zu sehen. Ich würde es auch gerne sehen. Ich würde es auch gerne sehen. Mit irgendwelchen anderen Weltern. Ich will sie alle sehen. Also, was wir warten? Hey! Nichts? Sie vergessen nicht mich? Also... Ich glaube, ich bin der einzige, der arbeitet auf dem Raft. Und du bist nur so leid wie er ist. Hm... Hm... Also, du kennst es. Okay... Wir haben es zusammen geschlossen. Ich werde dich rufen. Huh? Was? Bist du schuldig? Hmhm... Ready? Go! Geh! Ah, schön. Das ist so typisch Disney fällt mir gerade erst auf. Von irgend so einem komischen Schrecken bis zu... Weiß ich nicht. Wunderschönes Inselparadies. So typisch Bambis Mutter. Das wird sie erschossen und dann... Übrigens Kingdom Hearts. Weiß jemand noch nicht den Titel dieses Videos hier gesehen hat. Die Insel des Schicksals. Eigentlich steht da Destiny Islands. Also, die Inseln des Schicksals. So. Okay. Na? Achso, ja. Kannst du den Rest vom Material besorgen? Du hast doch zugehört, Zora. Äh... Ja... Äh... Wie war das nochmal? Oh Mann! Ohne Baummaterial können wir kein Buch losbauen, oder? Wir brauchen dazu zwei Baumstimmel. Ein großes Laken. Ein Seil. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Kein Rumtrüllen mehr. Okay. Okay. Wird vertagt. Oh, da haben wir schon einen Baumstamm. Bams! Genau. Wenn ich mich nicht irre, dann ist hier drin ein Speicherpunkt. Und ich irre mich im Kingdom Hearts selten. Oh. Okay. Dann würde ich sagen, der erste Part wird hier auf Zeit beendet. Mal sehen, wie es hier mit, weiß er nicht, Kopierschutz und Square Enix und was weiß ich noch laufen wird. Ich hoffe, mir wird noch erlaubt, das Video hier hochzuladen. Also... ... 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 Einige haben Spaß mit dem Projekt, haben Spaß mit diesem Video gehabt und freuen sich auf weitere Videos, die täglich kommen werden. Montags bis Freitags und vielleicht auch Montags bis Samstag, ich weiß es nicht. Und ja, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss, wir sehen uns in der nächsten Folge.